So, wie heißen Sie? Hallo, wir sind die Familie Rossmann und machen auch eine Reise mit Wilventura. Wir sind hier in Ecuador unterwegs und wir sind sehr erstaunt über die Berichte, die wir im deutschen Fernsehen gesehen haben, weil die überhaupt nicht der Realität hier entspringen. Wir fühlen uns sehr, sehr gut aufgehoben, fühlen uns hier sehr sicher, haben einen tollen Reisenleiter und genießen die Zeit hier. Uns gefällt sehr gut. Super, danke.